Äh, ich will euren Eintenschutz wirklich nicht. Danke trotzdem. Nein, bitte lasst ihn an. Was tut ihr? Nein, nein, ich will das nicht sehen. Ich jetzt gehen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ähm. Da liegt jetzt was rum. Umhang der seltsamen Bestie. Danke dafür. Das Ding stinkt wahrscheinlich, wo ich brauche. Äh. Nachdem ich Slug befreihe, hat er mir gesagt, wo ich ein Schatz versteckter Urge finden kann. In einem versteckten Loch, in einer Höhlenwand, die sich in der Nähe eines Wassertümpels im nördlichen Teil der unterirdischen Flusstunnel befindet. Ähm. Das ist der Tümpel. Ah, und das ist dem das Loch. In dieser gut versteckten Niedschel liegt ein Mittel von Gegenständen, die in Sackleien gewickelt sind. Nun, da ich das versprochen in dem Versteck wiedergefunden habe, sollte ich Slug im Okerlager aufsuchen. Ey, ein Flegel. Die Hydra plus zwei. 23% Chance pro Treffer eins wie vier, zwei wie vier oder drei wie vier Punkte Stichschaden auszuteilen. Kannst du das Ding benutzen? Äh, ups, das war nicht der Flegel. Könntest du, ja. Dann mach das doch. Sieht böse aus, das Teil. Passt so wie Konia irgendwie ein bisschen. Also ja, aber raus muss ich so oder so irgendwie wieder nachher. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern. Bevor sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber ja, Heffernan zu töten, wäre eine gute Idee. Der Typ scheint ja der eigentliche Drahtzieher zu sein. Ich glaube, Ich glaube, das kann ich nicht hinein, weil ihr euch zufriedenstellen würdet. Ihr hättet es zumindest versuchen können, wenn wir hier. Beantwortet meine Frage. Wer hat euch hier hochgelassen? Was macht ihr hier? Die Ohrgaben mich hochgelassen. Bitte nehmt es Ihnen nicht wie übel. Ich bin hier, um euch zu töten. Habe ich das nicht erwähnt? Ihr werdet nicht lange genug leben, um es herauszufinden. Na, nehmen wir die halt. Diese Idioten, ich werde Ihnen ihre verlassenen Pälste abziehen, aber sagt mir nicht, was ihr hier oben tut. Moment, ihr seid keiner von uns. Los. Worum geht es die Irrbrauch? Nur zu fragen. So, den Bogenschützen da, den wollen wir näher ranlocken. Wir wollen nämlich nicht zu nah ans Gitter kommen. Ich werde mich im Hand umdrehen. Ich werde mich im Hand umdrehen. Nicht da hinzunahmen, das Gitter rangehen, bitte. Ich werde den Gegner nicht gleich schon wieder aufscheuchen. Ja? Du willst mich? Genau. Hier haben wir eine Kleinklaue, okay. Bolzen, 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 Bolzen. Gut, gutes Essen. Kommt ihr denn her, Troll? Ja, Kreuzritter. Beruhigt euch, Freunde. Ich bin kein Kreuzritter. Ich bin nur ihr. Wer seid ihr? Kreuzritter. Wo, wo? Ihr nicht Kreuzritter? Ganz und gar nicht. Ich bin gekommen, um den Kreuzrund an Ende zu bereiten. Wer seid ihr? Was hat euch hergeführt? Denkt einen Moment darüber nach. Wäre ich ein Kreuzritter in einer Burg, die von Kreuzrittern gehalten wird? Und wenn ich mich in meinem Toll gegenüber, würde ich da versuchen, mit ihm zu reden oder würde ich Alarm schlagen? Ihr würdet vermutlich Kreuzritter rufen. Wenn ihr ein Kreuzritter werdet, aber ihr ruft nicht die Kreuzritter. Also kein Kreuzritter. Ihr seid kein Kreuzritter. Gut, das ist gut. Kleinkäule ist mein Name. Björn Kleinkäule. Die Kreuzritter haben mich im Käfig gesperrt, aber ich konnte entkommen. Haben mich unten versteckt. So hungrig, so hungrig. Nehmt so viel ihr könnt und geht, Björn. Hier ist es nicht sicher. Nehmt, was ihr könnt und verschwindet von ihr, Troll. Das Essen wird gleich verderben. Ihr überlasst diesem Troll einfach das Essen. Ein guter Mensch, Ehrmann. Björn, dankt euch. Danke. Troll-Gesicht-Schlüssel? Okay. Oh, Tränke. Der schwere Eisenschlüssel hat einen Griff wie ein Troll-Gesicht. Okay. Achso, zu weit entfernt. Wir können ja heilen mal ein bisschen. Dich selber vor allem. Worum geht es diesmal? Lightstone und dich selber. Ich weiß, ich kann. Wie kann ich helfen? Ich kippe mal noch zwei Heiltränke weg. Worum geht es diesmal? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Noch mehr Tränke, aber Tränke haben wir echt zu Genüge. Wie ihr wünscht. Bleib stehen, wo ihr seid. Wer seid ihr? Was ist mit Belmen passiert? Wer? Eindringen auf die Knie. Ruhig, Freunde. Lass uns nicht irgendetwas tun, was wir bereuen werden. Tötet sie in Kailas Namen. Baut einfach an den Schott. Wir sind nicht alleine. Wachen, wachen. Weiß nur, ihr seid hier, aber wie? Ganz gleich. Ja, ja. Wie kann ich helfen? Also, ja, I have one none als letztes. Okay, ich bin vergiftet. Wie kann ich helfen? Ah, jetzt sind X hier. Au. Au. Also, Heffernan ist stark. Worum geht es diesmal? Marmon's... Ente... Wie kann ich helfen? So. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Ja, ja, Wassermitfeed kennen wir schon. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich nicht abhängen. Aber das war Olven, nicht Heffernoth. Nera, schlag mal ne Bresche hier bei Heffernoth rein. Okay, wahrscheinlich kann man Heffernoth gar nicht töten. Hey, was ist das für ein Lärmsaum? Ja, es klingt wie ein großer Kampf. Bellman, ich hatte eine kleine Meinungsverschiedenheit, aber ich sah es gekehrt, kein Grund zur Sorge. Oh, das ergibt Sinn. Geht ruhig weiter. Wird wahrscheinlich auch Sinn machen, dass man so kann, dass man nicht töten kann. So, okay. Das heißt, wir können raus hier, hoffe ich mal. Wir sind ja Heffernoth erfolgreich entkommen. Es wäre auch komisch gewesen, wenn wir den... Da, das ist der Unruhestift, das schnappt ihn euch. Okay. Ebi, wir laufen jetzt schon so lange, dass die Sohn meiner Stiefel von denen meiner Füße ersetzt wurden.